Ein Wal, hundert Fuß lang, weiß wie Alabaster, dieser Dämon. Festhalten! Ich möchte, dass Sie mir erzählen, was passiert ist. Dann erzähle ich Ihnen von der Essex. Jedes Wort, das ich sagen werde, ist wahr. Wir waren eins der letzten Schiffe. Brand dick! Alle waren an dick! Zum ersten Mal auf See. Was haben die denn da für Stifte um? Das sind Falsspeile, Thomas. Irgendwann habe ich zwölf Stück von denen. Wir steuerten auf den Rand des Wahnsinns zu. Mein Vater, der ist auf See verschollen, noch vor meiner Geburt. Nun, das hier ist jetzt deine Familie, mein Junge. In guten wie in schlechten Zeiten. Daher stellen wir in der Regel nicht allzu viele Fragen. Meine Angst, weil es noch an ich denken musste, war, dass alle sterben würden und ich allein zurückbliebe. Dann ist das wahr. So vieles ist wahr. Dass ein Wal so etwas tut. Sehen Sie, wohin uns das geführt hat. Wenn wir hierbleiben, sterben wir. Sagen Sie, dass Sie Angst haben! Das werde ich nicht tun. Mein Name ist Kapitän George Pollard. Pollard! Die Männer brauchen Sie. Bitte, zieht Sie mich wieder auf! Komm schon! Mr. Chaser! Da ist er! Kommen Sie! Wo ist er? Wir waren wohl zwischen, ha? Der Wal gehört mir. Es ist dann meine Ehre, Sir, mit Ihnen zu segeln. Wir werden überleben. Versprochen. Ich hatte keine Wahl. Siehst du den Typ, der dich da anstarrt? Das ist dein härtester Gegner. Wer ist der Nächste?